Das Hotel Alta liegt in Puerto de la CRUZ in Teneriffa. Das Hotel Alta ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 7 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,3 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke, sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.